Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid bei der heutigen Folge. Vorab möchte ich mich recht herzlich für euer Feedback bedanken. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ihr solltet mal Feedback geben, ob ihr meine Stimme auch monoton findet oder wie ihr das überhaupt so findet, wie ich das so erzähle, weil es ab und zu ja mal Kritik gab. Ich habe da auch lange nicht drauf reagiert, aber ich habe gedacht, als jetzt vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, der eine Kommentar noch kam, jetzt frage ich mal die Community, was die dazu meinen, weil dann hätte ich das natürlich auch ein bisschen versucht mal zu ändern, aber es kam eigentlich fast nur positives Feedback von euch zurück und ja, das hat mich sehr, sehr gefreut. Manche schrieben auch, jetzt machst du wegen einem Kommentar diesen Aufruf. Nee, nee, das waren schon ein paar mehr Kommentare. Ich nehme mir nicht jeden Kommentar zu Herzen, das braucht ihr nicht meinen, weil es gibt immer Leute, denen irgendwas nicht passt und damit muss man halt lernen zu leben. So, aber das jetzt nur noch dazu. Heute gibt es einen Fall für euch. Ich sage es ja immer wieder, wenn es um Kinder geht. Wenn ihr mit einem Mord an Kindern, mit sexuellen Übergriffen an Kindern nicht so gut umgehen könnt, dann überspringt die Folge vielleicht. Und jetzt beginnen wir dann auch mit der heutigen Folge über Jane Frenzke. Der Mordfall Jane ist mal wieder ein unglaublich tragischer Mord an einem kleinen Kind, der mittlerweile mit Sicherheit ein Cold Case sein dürfte, denn der Fall ist mittlerweile 27 Jahre alt. Und das muss man sich auch mal vorstellen, 27 Jahre Ungewissheit für die Familie, für Klassenkameraden, die sich vielleicht noch an sie erinnern, für Bekannte, für Freunde. Einfach unvorstellbar. Jane war damals 10 Jahre alt, im Jahr 95. Die Familie hatte zwei Kinder. Jane hatte noch einen älteren Bruder. Da Mutter und Vater jeweils Jobs hatten, Verkäuferinnen, glaube ich, und Bauarbeiter, wo sie eher wie die Kinder aus dem Haus mussten, fuhr Jane sonst wohl immer mit dem Bus zur Schule. Aber Jane wollte halt auch mal gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Lange hatte sie wohl auch ihre Eltern darum gebeten und am Mittwoch, den 15. Februar 95, durfte Jane es dann endlich. Aber es war geplant, dass Jane mit einem Freund von ihr gemeinsam zur Schule fährt. Und dieser Freund, der wohnte in Radeland. Um kurz vor sieben verlässt Jane mit ihrem Bruder das Haus. Sie fahren mit beiden Fahrrädern los. Ein kurzes Stück fährt Jane mit ihrem Bruder und dann biegt sie Richtung Radeland zu ihrem Freund Peter ab. Aber als Jane bei Peter ankommt, erfährt sie, dass er schon zur Schule ist, denn es war schon spät und er wäre sonst zu spät zur Schule gekommen, ist also vorgefahren. Also fährt Jane dann alleine weiter. Es ist noch ziemlich dunkel draußen und auch relativ kalt. Sie fährt weiter bis zur Hauptstraße und dann über einen Landwirtschaftsweg, wo normalerweise nur in Ausnahmen Autos fahren dürfen. Ich wohnte aber sehr, sehr viele Jahre neben so einem Weg und da sind immer Autos durchgefahren, bis irgendwann dann das Ganze zugemacht wurde. Neun Kilometer hatte Jane vor sich, um bis nach Baru zur Schule zu kommen, wo sie in die vierte Klasse ging. Ein Arbeiter, der das Gelände mit seinem Dienstwagen regelmäßig abfahren und kontrollieren musste, also diesen Landwirtschaftsweg, fährt zur selben Zeit eben auf dem Landwirtschaftsweg und ihm fällt ein roter, vermutlicher Golf auf. Dazu komme ich gleich noch. Daneben stand ein Mann. Das Gesicht hatte der Mann weggedreht. Und er hatte aber dunkle Haare und war circa 1,85 groß. Der Arbeiter und auch spätere Zeuge dachte sich, der Mann wollte vielleicht kurz austreten und fährt dann weiter. Um 7.15 Uhr, als er weiterfährt, sieht er auch Jane auf diesem Weg und erkennt sie auch. Er weiß definitiv, dass es Jane war. Er grüßt sie noch, aber sie wird ihn wahrscheinlich nicht so richtig wahrgenommen haben, denn sie hat nicht zurückgegrüßt, weil es ja auch sehr, sehr dunkel noch draußen war. Dann fährt der Arbeiter erst mal weiter. 20 Minuten später kontrolliert er das Gebiet aber wieder und der vermutlich rote Golf stand noch immer dort. Diesmal sah man aber keinen Fahrer weit und breit. Aber der Arbeiter hielt kurz an und schrieb das Kennzeichen vom Auto auf, da in diesem Gebiet gerne mal Müll abgelegt werden würde. Das Kennzeichen damals lautete LUK C561 und LUK steht für Luckenwalde. Danach ist er dann weitergefahren. Janes Mutter und ihr Bruder warten zu Hause auf Jane. Mittlerweile ist es schon fast Nachmittag und sie müsste eigentlich auch längst zu Hause sein. Erst spekulieren die beiden, ob Jane aufgrund des Zahnarzttermins, der noch anstand, vielleicht aus Angst nicht nach Hause kommen möchte. Aber dafür hatte sie sogar eigentlich das Rad bekommen, damit sie eben dann irgendwie eher da sein konnte. Und es wird später, aber Jane kommt nicht. Janes Mutter ruft also eine Freundin von ihr an, vielleicht mag sie ja dort sein, aber das ist sie nicht. Und dann sagt die Freundin noch etwas, was die Mutter sehr beunruhigt. Jane war ja gar nicht in der Schule. Die Mutter wird dann natürlich immer unruhiger und fährt mit dem Auto alle Wege ab, um Jane zu suchen. Auch Janes Bruder fährt mit einem Freund die Wege ab. Die Polizei wird auch informiert. Um 17 Uhr an diesem Mittwoch findet man Janes Leiche. Aber nicht durch die Polizei, sondern dort unterscheiden sich nur ein bisschen die Artikel, die ich gefunden habe. Entweder findet Janes Bruder selbst die Leiche von Jane oder der Freund findet Janes Leichnam. Zwischen Radeland und Klein-Ziesch auf dem Weg, wo auch der Arbeiter unterwegs war, aber viele Meter vom eigentlichen Weg entfernt, dem Unterholz, hat Jane gelegen. Ich finde auch beide Vorstellungen für so junge Jungs beziehungsweise junge Teenager einfach nur grausam, da deine eigene Schwester oder die Schwester von deinem Freund da wirklich späterfasernackt getötet liegen zu sehen. Ich glaube, das hinterlässt, glaube ich, für immer ein Trauma. Der Tatort wird dann auch abgesperrt. Und was man später erfahren wird, macht einen eigentlich nur fassungslos. Jane wurde vermutlich vom Rad gezerrt und danach vergewaltigt. Jane wurde dann getötet durch zahlreiche Messerstiche, die auch das Herz betroffen haben. Das Messer muss eine Klingenlänge von mindestens 16 Zentimetern gehabt haben, hieß es in Medienberichten. Als der Arbeiter dann die Polizeipräsenz an diesem Landwirtschaftsweg gesehen hat, gab er eine Aussage bei der Polizei ab. Eigentlich das, was ich euch eben schon erzählt hatte. Nur, dass man im ersten Moment natürlich noch sehr glücklich war, dass derjenige das Kennzeichen vom Wagen notiert hatte. Da dachte man natürlich, man könnte sofort den Halter finden und den Ding festmachen. Aber das Ergebnis war enttäuschend. Das Kennzeichen wurde nämlich kurz vorher gestohlen gemeldet worden, sodass man damit also keine Chance hatte, den Täter zu finden. Und auch ist natürlich der Zeuge, der Arbeiter, der Einzige, der diese Beobachtung mit dem Mann gemacht haben will. Ich hatte mir damals mal bei dem Forum AllMystery ein bisschen was über den Fall durchgelesen und dort zeigte man eine Tabelle, die ich euch jetzt auch mal einblende, mit ähnlichen Fahrzeugmodellen. Denn vielleicht hat der Zeuge sich ja auch geirrt und das war gar kein roter Golf, denn genau darauf haben sich ja viele, viele Ermittlungen gestützt, weil man hatte sonst ja auch nicht wirklich Hinweise. Und über diese Ermittlungen möchte ich euch jetzt noch ein bisschen erzählen. Der damalige Chefermittler Hartmut Jankowski verfolgt noch zehn Jahre später die Szene im Kopf, das war dann im Jahr 2005, als er den Leichnam der kleinen Jane vor Ort sehen musste. Jankowski beteiligte sich sogar später als pensionierter Beamter an der Suche nach dem Mörder. Man überprüfte damals über 1000 Fahrzeuge, 70 Alibis. Selbst Janes Grab hat man überprüft, wahrscheinlich ob da vielleicht unbekannte Personen erschienen sind oder so, das macht man ja häufiger mal in solchen Ermittlungen. Irgendwann war aber die 15-köpfige Ermittlungsgruppe erschöpft. Damals versprachen die Ermittler der Familie, den Täter zu fassen. Diese Aussage bereuen sie heute, auch wenn man natürlich so viele Jahre später immer noch hofft, den Täter von Jane zu finden. Aber, sagt der Ermittler von damals, das Versprechen hatte man gegeben, da es einfach viele Spuren gab, die so viel Gutes versprochen hatten, zu Anfang zumindest. Da war zum Beispiel das Kfz-Kennzeichen, was ja dann aber leider gestohlen gemeldet wurde. Dann gab es Spermaspuren, die aber leider durch Kot verunreinigt wurden und somit unbrauchbar für eine DNA-Analyse geworden sind. Und auch sprach der Ermittler Jankowski, dass es ein Fehler war aus heutiger Sicht, sich nur auf den Wagen, also auf den vermutlichen Golf zu fokussieren. Andere Spuren, so sagt er, seien vermutlich auf der Strecke geblieben. Wir hätten es klären können, sagt er jetzt heute, beziehungsweise vor ein paar Jahren in einem Interview. Jeder, der mal in der Mordkommission war, kennt Jane's Akte immer und immer wieder, schaute man nach neuen Ermittlungsansätzen. Aber die Akte gab sonst leider nicht besonders viel her. Regelmäßig, zumindest aus einem älteren Artikel über Jane, würden auch Meldungen von Sexualdelikten und Morden kontrolliert, ob sie dem Fall eventuell ähnlich sind. Aber nicht nur die Polizei wurde in den Fall eingebunden, auch der Anwalt der Familie und ein Privatermittler haben sich damals mit dem Fall beschäftigt. 2005, in einem Interview von Spiegel, äußert der Privatermittler, beziehungsweise Detektiv, dass Jane's Eltern den Mörder bald in die Augen sehen können. Vielleicht in fünf Wochen oder in fünf Monaten. Aber eines ist sicher, der Mann wird gefasst, so die Aussage. Auch die Aussage, der Artikel ist nämlich aus 2005, hatte ich ja, glaube ich, gerade schon gesagt, vor 17 Jahren also, war natürlich auch ein Trugschluss. Zumindest bis heute konnte er auch dieses Versprechen nicht einlösen. Also da wurde den Eltern eigentlich schon recht viel Hoffnung gemacht. Aber leider, ja, ist nichts daraus geworden, sagen wir mal so. Auch wurde der Cold Case an das LKA in Brandenburg, in Eberswalde gegeben, zu einer Mordkommission, die sich hauptsächlich mit Altfällen beschäftigt. Da gibt es ja mittlerweile einige, die dann so Cold Cases bearbeiten oder auch die mit Polizeischülern durchgehen, die dann vielleicht neue Ansätze haben. Oder auch mit Studenten, habe ich mal gehört, dass man vielleicht, ja, von denen dann mal noch einen Tipp bekommen könnte, wie man vielleicht noch mal an die Sache rangehen könnte. Und natürlich ging man mit dem Fall auch zur Aktenzeichen XY, wo Jannes Mordfall am 22. März 1996 vorgestellt wurde. Noch am selben Abend meldete sich damals ein Hinweisgeber. Er zweifelte an der Existenz des Roten Golf und sagte, dass lediglich die Kennzeichen in der Nacht vor dem Mord gestohlen wurden. Die Polizei hat wohl gehofft, er könne mehr wissen über die Tat. Aber er legte damals wohl einfach auf. Ob er sich noch mal gemeldet hat, ist mir leider nicht bekannt. Aber auch seine Aussage, wenn er denn noch eine gemacht hat, brachte nicht die Klärung in diesem Fall. Aber in einem sind sich fast alle einig. Der Täter hat die Tat definitiv geplant. Dafür spricht auch der Raub der Kennzeichen, der verlassene Landwirtschaftsweg, wovon der Täter vermutlich wusste, dass dieser von Schulkindern gerne als Abkürzung genutzt wurde. Er muss die Gegend auch gekannt haben, da ist man sicher. Und ich denke, auch wenn sich das hart anhört, er hat dann leider vermutlich einfach auf den passenden Moment gewartet, ja, ein Kind zu vergewaltigen und vielleicht auch zu töten. Ich weiß ja nicht, was in solchen Köpfen vorgeht. Aber die Tat wird von langer Hand geplant gewesen sein, da bin ich sehr, sehr sicher. Aber, sagt die Polizei, man ist sich natürlich etwas unsicher, ob der Täter heute überhaupt noch leben könnte. Er könnte vielleicht schon alt sein, aber da man damals kein genaues Alter benannte, da der Zeuge den Täter ja nicht richtig sehen konnte, ist das natürlich heute schwer zu schätzen. Es wurde allerdings so von 25 bis 30 geschätzt. Und dann könnte er heute ja durchaus noch leben. In Dornswalde, da wo Jane herkommt, sprechen die Menschen noch lange von dem Mord. Der Ort hat gerade mal 140 Einwohner. Janes Eltern wohnten nahe des Friedhofs, zumindest steht das in einem älteren Artikel. Ob das heute noch so ist, weiß ich natürlich nicht. Und dass man von dort aus, also von dem Haus, auf Janes Grab schauen konnte. Das ist ja irgendwie auch tröstlich, aber auch schaurig und traurig irgendwie, finde ich. Die Familie wollte sich übrigens damals schon nicht mehr zu dem Mord an Jane in der Öffentlichkeit äußern. Der Anwalt ließ mitteilen, die Tat sei zwar allgegenwärtig, aber die Eltern müssen lernen, damit zu leben. Also sie wollten lernen, damit zu leben und sich eben nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern. Aber ein Jahr nach Janes Todestag damals, da war eine Reporterin noch bei der Familie, die auch schon errichtet hatte, als Jane zu Tode kam und auch bei der Beerdigung dabei war. Und sie sagt, die Mutter war ein Jahr später wirklich gezeichnet im Gesicht vom Tod ihres Kindes. Innerhalb eines Jahres hat man ihr das wohl deutlich angesehen. Janes Zimmer war damals noch unberührt. Der Mörder hat die Familie zerstört, sagt sie damals zu der Reporterin. Und das hört man ja auch immer wieder, selbst bei Familien, die ihre Kinder durch eine natürliche Todesursache verloren haben, dass das oft einfach Familien sind, die das nicht mehr schaffen, die damit nicht mehr umgehen können. Das reißt eine Familie auseinander, das mag man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn man dann noch daran denkt, dass ein Kind durch einen Mord gestorben ist oder vermisst wird oder wie auch immer, das reißt Familien auseinander, weil ja jeder, denke ich mal, einen tiefen Schmerz spürt. Und jeder will da anders mit umgehen und stelle ich mir wirklich nicht einfach vor. Manchmal gibt es aber auch wiederum Familien oder einzelne Angehörige, die durchaus das Bedürfnis haben, darüber zu reden, auch nach Jahrzehnten noch. Und das ist wirklich so komplett unterschiedlich, meiner Ansicht nach. Man geht da immer ganz anders um als Angehöriger. Manche gehen bewusst in die Öffentlichkeit und auch viel in die Öffentlichkeit. Und andere wiederum können das halt einfach nicht. Und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Da muss jeder seinen Weg finden. Und das war es leider eigentlich auch schon mit Informationen, die ich so über den Fall zusammentragen konnte. Ich hätte euch noch sehr gerne viel mehr über die Ermittlungsarbeit erzählt und weiß auch, dass es in dieser Folge ziemlich kurz gekommen ist. Jedoch gaben die Berichte leider nicht mehr großartig viel her. Man hoffte eben im Janisfall sehr auf diese DNA-Spur, aber die ist ja leider später unbrauchbar gewesen für einen Abgleich. Und ich denke auch, dass da sich viele so auf dieses Auto festgelegt haben. Vielleicht war das ein anderes Fabrikat. Vielleicht hatte das auch mit Janisfall gar nichts zu tun. Und das weiß ja nur leider eine Person und das ist ihr Mörder. Und der meldet sich ja nicht beziehungsweise der hat sich ja nie gestellt bei der Polizei oder Mitwisser haben mal was ausgepackt. Da ist ja scheinbar nichts passiert. Und so hätte man das mit Sicherheit mitbekommen. Und ich denke, es war nicht einfach, da noch jemanden zu finden. Vielleicht hätte man, wie gesagt, die ganze Sache etwas anders angehen müssen. Das war nun meine kleine Folge über Jane für euch, deren Schicksal man auch niemals vergessen sollte, gerade bei Kindermorden. Das ist auch ein Fall, glaube ich, der wenig bekannt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den gekannt habt. Wenn ihr mögt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare bei Instagram oder auch bei YouTube. Und hiermit verabschiede ich mich dann heute von euch in dieser Folge und sage bis zu einem nächsten Mal. Eure Lia. Eure Lia.